willkommen zu einer folge duos und das allererste mal fucking champion letzte woche champion gekommen mal gucken wenn ich verliere gg dann ist es wieder zu ende und wenn ich nicht verliere dann wollen wir mal gucken wie das läuft aber vorher gehe ich noch mein training jungs ein bisschen warmspäck, kennt man, ne? Oh, ein Tritt läuft, das ging fix, würde ich fast sagen. Reine das Game ist Kern des Geizs. Gehen wir ein Spiel mit einem Spiel gegen Terpai und gegen Elija, der reicher Team. Season 2, Champions League. Kann ein schlimmer treffen. Warte, nein, habe ich. Oh, schade. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass er den da hin passt. Gehe trotzdem weiter. Hallo, Frieden. Da gehört. Da trifft er noch mal in der Luft. Schön gemacht. Gut, vor meinem Maid gehalten habe ich. Bisschen nach vorne knallen. Bisschen Orkbot machen für die Gegner. Bisschen Boost sammeln. Den habe ich. Oh, das ist mein Tor. Hat dich beschissen, ne? Ärgerlich. Oh, Mann ey. Elijah B. Hat er den kues Banner. Auch das. Ja, in der Season auch schon Champion gewesen. Das sind also gute Suchtis hier. Fuck ey. Ich brauche Lust hier. Oh, ich hole den Ball. Ja, ich trage ihn doch nicht. Alles gut. Den kriege ich da nochmal. Oh, schönes Tor. Zu lange spielen kann er, ist gut. Ich muss nur mal schauen, ob die A-Bahn war und hier ist. Oh, passt. Oh, natürlich fliege ich dran vorbei. Schlecht. Den schießt er krass schnell aufs Tor. Geil. Schönes Ding. Ja, wenn das Spiel hier schnell vorbei ist. Wegen HC-Knerz. Dann werde ich wohl noch eine zweite Runde spielen. Dann habe ich es nach vorne, sagt man, ne? Mal gucken, ob da was passiert. Ach du Scheiße, den Anschluss kann ich nicht. Ne, siehst du, kann ich nicht. Oh, den hat mein Main. Ja, perfekt. Kriege ich den in die Mitte. Schade. Musst du nicht, was ich da machen soll. Das war weird. Mal mit den. Naja, aber ich bin da. Alles gut. Bin vorgelegt. Ich bin in die Mitte. Ich bin in die Mitte. Ja, schade. Schöner Schuss. Oh, schöner Schuss. Oh, stark. Ich bin in die Mitte. 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 Schade. Ah, Junge, der ist gut. Der ist richtig gut. Der ist nicht normaler Beweise-Champion, glaube ich, keine Ahnung. Der ist richtig heftig, Alter. Hört mir meinen Stuhl an die Knatschen. Schön. Eine Minute noch. Oh, schöner Schuss. Sehr geil. So soll das laufen. Geil. Ich passe auf, falls er fällt oder was. Ach, da bin ich zu langsam, der Trainer Ahnung. Ich muss schneller checken, was der Gegner macht. Oh Mann, ich habe den sogar noch probiert. Ärgerlich. Gerade noch geübt. Ach, beschissen. Schade. Nicht so freudig. Oh, das läuft mir eigentlich doch gar nicht. Alles noch auf die Fresse bekommen bis jetzt. Schön gehalten. Ach Mann, was mache ich da denn? Dumm. Schade. 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 Ja, ähm, das war's dann mit dem Video, ne? Das war meine erste und auch letzte Runde in Champion. Schnell auf die Fresse bekommen. Schnell gemerkt, dass ich hier nicht hingehöre. Aber gut. Ich bin doch Champion. Alles gut. Vielleicht kommt noch eine zweite Runde mal gucken. Von. Ach Mann.